Hiho, hier ist Donja und nachdem wir erfolgreichst, ja, die erste Hälfte von 15 Biomes Escape gespielt haben, nachdem wir gemeistert haben, ja, nachdem wir einen neuen Speedrun-Rekord festgelegt haben, geht es jetzt weiter in die Mesa. Okay, oh, die Mesa. Ich sehe uns auch als Speedrunner. Ich glaube, das ist auch legit, weil wir uns ja nie porten, oder... Wir müssen rückwärts laufen, da geht's schneller an, ja. Ja, ist das so? Wie ein Zelda. Ist das wirklich so? Nein. Okay. Was weiß ich denn? Okay, Spitzhacke. Hier ist nirgendwo eine Kiste. Jedenfalls nicht in meiner Sicht. Ich suche aber den Fluss ab. Oh, jedenfalls nicht in meiner Sicht. Oh, hier ist das, äh, Ding, das Wollding. Hier, ich habe das Wollding gefunden. Und ich habe eine Parcours gefunden. Oh, nein! Nicht schon viel. Okay, gut. Ich brauche eine Spitzhacke. Ich habe zwei Orte, wo man Spitzhacke anwenden kann. Ich habe auch hinten oben einen gesehen. Oh, hier geht's noch ran. Okay, weißt du was? Ich folge dir jetzt. Hier ist auch ein Anwendepunkt. Ich habe drei Anwendepunkte schon. Okay, das ist schön. Wir werden die Spitzhacke finden. Hast du nicht gesagt, es gibt einen einfachen Parcours, um an die Spitzhacke heranzukommen? Ja, aber da brauchst du... Ach so, du brauchst die Spitzhacke. Diese Kiste, Ronja. Erst. Warte mal. Ich habe die Kiste nicht gesehen. Hier eine Spitzhacke und Gold. Oh, das ist aber praktisch. Hä, warst du nicht gerade hier? Äh, nee. Ich war auf der anderen Seite. Auf der anderen schraubenden Seite. Okay. Erstens, wir können jetzt den Moos Stein abbauen. Okay, das ist gut. Oh, dahinter ist hier zufälligerweise... TNT. 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 Hey, ich habe irgendwas gerechtes. Das ist gar kein TNT. Das ist eine Lüge. 10 Guns, Paula, kannst du für Gold Nuggets... Guck mal, rechts, fimm mal hier. Okay. Das sieht nix. Oh doch! 10 Guns, Paula, 15 Gold Nuggets. Was bringt uns das? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, ich glaube, ich weiß, was wir müssen. Wir als erfahrene Puzzle- und Parcours-Map-Experten. Richtig, und Parcours. Das ist wichtig, dass mir das noch dazu kommt. Was soll denn das schon wieder? Ich weiß nicht, was es soll. Ich fühle mich jetzt diskriminiert. Ich bin auf der beste Parcours, okay? Ich weiß. Also so ist... Wie vorhin schon gesagt. Du machst das schön. Ich glaube an dich. Ich will es nämlich nicht machen. Ja, das ist für dich. Danke. Das freut mich ja. Brauchen wir das? Ich habe das jetzt. Ich sammle das. Ich fange nicht damit ein. Wir können Gold Ohr abwollen übrigens. Oh, nice. Gibt es hier irgendein Gold Ohr? Glaub nicht, aber ich glaube, hier ist eine Mina. Auch gut. Ist ein Dungan. Ein Dungan? Dungeon. Ich nehme mal alles mit hier. Ich nehme das... Bauen wir die Spinnenwebe mal vielleicht. Du müsstest irgendwas schmelzen. Oh, warte. Hier ist... Ja, der Ofen. Hast du schon gesehen. Ist ja langweilig. Warte mal, aber ich glaube, wir können auch mehr abbauen. Das finde ich enttäuschend. Oh, sorry. Jetzt bin ich auch angegriffen. Ja, ich hatte recht. Das ist schon physische Gewalt hier mittlerweile. Und der Böse. Hier ist gar ein Pauder. Oh, hier ist gar ein Pauder. Okay, nehm du das mal. Das ist... Ich will das nicht verlieren. Okay, weißt du, ich nehme noch die Spinnenwebe mit. Das musst du tragen. Sicher ist sicher. Es geht nach oben. Äh, komm nicht hier runter. Hier ist ein Parcours. Ich will nicht nach unten, denn da unten ist alles doof. Eine Parkuhr. Ich sehe nichts. Es ist wolkig. Und ihr mag keine Parkuhr. Nein. Ich habe schon mal ein Parkticket gekriegt, weil ich gedacht habe, komm. Das war Action, in dem ich gearbeitet habe. Ah, wir haben mit dem Schlappschleppen. Ne, ich habe gedacht, komm. Es ist Samstag, 14 Uhr. Als ob da jetzt jemand ist, ne? Und dann komme ich zurück von der Arbeit, wohlgemerkt. Weil ich zu faul war. Ich hatte einen Mitarbeiterparkplatz. Aber ich habe gedacht, komm. Ich habe keine Lust, jetzt extra nochmal rumzufahren. Ich parke auf dem Öffentlichen. Und dann habe ich ein Knöllchen gekriegt und musste was bezahlen, weil ich falsch geparkt habe. Wie viel gerne parast du? Ich habe sechs, und du? Brauchen. Ne, ich habe gar keine. Ach so. Wir brauchen doch was. Wie kriegt man gern ein paar da? Vielleicht in noch so einer Höhe? Das waren glaube ich alle. Warte mal. Ich habe Kohle, Sticks, String. Ich habe 21 Koffert. Ich habe eben, wir brauchen einen Goldblock. Ich schau nochmal genauer. Vielleicht haben wir einen Anfängerfehler. Detail übersehen hier. Was ist der oben rechts mit dieser Hütte? Kommen wir da hoch? Da war ich noch. Aber ich schätze, das ist der Villager, mit dem du traden kannst. Oh ja, probably. Schaut du mal da hoch. Ja, ich versuche da hochzukommen. Ich schaue, ob ich in den Höhlen muss, was ich gesehen habe. Okay, okay, okay. Ich gehe jetzt da hoch. Warte mal, was ist denn? Kann man hier drin noch hoch? Da waren wir gerade. Aber da gibt es doch noch Cobblestone. Kannst du den abhauen? Ne, ich kann nur die grünen abhauen, die Monstern. Aber da sind doch noch mehr Monstern. Kannst du die abhauen? Okay, jetzt sind alle abgebaut. Da unten. Ah, Ronja denkt mit. Hm, da ist noch einer. Anders als ich. Ja. Noll, der Kiste ist ganz vorderlich. Nice. Hier bin ich so ein Puzzle Map Experte. Ja, ich kriege nur das Kopfball. Oben. So oben. Ja, danke. Zehn, es reicht nicht. Doch. Nein. Wie viel hast du denn? Zehn brauchst du. Jetzt geh rüber in die andere und holen die Goldnuggets. Ich hol die Goldnuggets. Wo ist denn die andere Höhle? Ach so, gut. Gegenüber, gell? Ja, ja. Also eigentlich muss ich schon sagen. Ne, nicht gegenüber, die ich ganz links habe. Am Ende vom Fluss. Oh nein. Das ist doch Mist. Immer zu. Ich schmisch mal meine Goldnuggets. Okay, viel Spaß. Äh. Warte, ich bin unterwegs und ich hole mir jetzt. Kann ich auf dich zählen? Kannst du auf mich zählen? Ich hole mir jetzt meine Goldnuggets. So. Obwohl, Leute, muss jeder holt mir kommen. Ja. Zum Schmelzen. Ne, zum Craften. Ach so. Okay. Hast du's? Ich hab's, ich hab's. Warte. Ah, perfekt. Okay, ist es. Warte. Wo bist du? Hier. Ich craft mir jetzt einen Bogen. Viel Spaß. Und deine Ange. Vielleicht hilft uns das was. Warte, wie können wir die craften zu... Was willst du die craften? Einfach neun, dann kriegst du einen Ingot. Hier, ich geb dir letzten. Okay. Zwei Ingot sollst du craften, 18 sollst du haben. Okay. Oh mein Gott, ich bin so doof. Das stimmt doch gar nicht dran, ja? Doch. Wenn du sehen würdest, was ich gerade versuche zu machen. Einfach alle reinleg, alles dort zu belegen. Ich versuch's doch. Das klappt nicht so gut. Also wenn du Hilfe brauchst, trink auf das Rezeptbuch. Dann werden dir die Klappe auf den Rest. Ich hab's jetzt geschafft. Okay, passt, okay. Das karte ich sowas von draus. Das ist voll peinlich. Das ist richtig unangenehm. Ja, du spielst doch noch nicht so lange Minecraft. Doch, jetzt mittlerweile. Das ist ein halbes Jahr. Ja, erst ein halbes Jahr. Weißt du, das war so die ersten zwei, drei Wochen eine Ausrede. Mittlerweile. Weißt du, das... Ah, das ist ja... Ronja, die meisten Leute, die uns schauen, können wir natürlich auch nicht besser spielen. Mein neunjähriger Cousin spielt das besser als ich. Ja, das glaub ich nicht. Das glaubst du nicht. Wollen wir mal One vs One machen mit dem in Roblox? Ja, in Roblox. Ich glaub, dann wird das anders aus sehen. Ja, ich glaub auch... Hier geht's. Ja, okay, wusste ich. Das ist doch Mist. Also jetzt mal ernsthaft. Wer hat sich denn gedacht? Wirklich, du musst hier komplett rumlaufen. Jump'n'Runs machen mir Spaß. Also ohne Witz. Wenn der Papelziker schaut sich dann zu die Folge an und denkt sich, ha, wir haben wieder ein paar Leute gequält. Ohne Witz. Okay, okay. Ich bin ruhig. Ich bin die... Jetzt müssen wir ihn wieder runter. Okay, du machst das. Danke. Sehr gut. Ich hab ne Knopf. So. Wir sind in... Ja, netter. In der Hölle. Wow. Okay. Hey Flo, stört man nicht. Nimm meine Sachen. Was ist das? Eine Angel und ne Spitzhacke und du... Ach, man verliert ihr nix. Okay, Ronja. Parcours. Was ist das? Ich wollte... Ich hab deine Spitzhacke und deine Angel. Und deinen Bogen. Die Angel ist mir am wichtigsten. Soll ich ein bisschen angeln in der Runde? Okay. Ich angel jetzt in der Lava. Ich nehm meine Full Parcours-Map probieren. Oh, das ist so ein Strollparcours-Map, wo die Blöcke verschwinden. Ich glaub, das wär was für uns. Ja, klar. Glaubst du, das wär was für uns? Ja, Ronja. Ich siehst du's auch nicht? Doch. Klar. Ich seh's. Ich seh's klar und deutlich. Wir müssen sowas spielen mit Toops. Ja, und dann schubst du die ganze Toops rein. Verdenk mal, wie witzig das wäre. Wir sagen ihm, ja, wir nehmen ganz normal. Weißt du, auf. Hast du einen Boneblock? Oh, oh, hier. Ich hab ne Angel. Wo musst du mir hin? Ich hab ne Bogen. Und ich hab ne Spitzhacke. Oh, du hast das Halsweg. Du bist Biest, weißt du das? Danke, Felix. Hey, 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 hey. So, wir sind jetzt in der Höhle. Ich schubst mich da nicht. Ich hab die nicht geschubst. Du hast mich geschubst. Okay, hier sind viele Sticks und ne Spitzhacke. Okay, die kann bestimmt abbauen wie da ein Cobblestone und Dings. Ja, die kann Cobblestone abbauen, nur. Okay. Willst du abbauen? Ich will abbauen. Aber ich will nicht Jump'n'Run. Nur um das mal klarzustellen. Mach mal das hier. Ich bau ab. Ich hab die Beule gefüllt übrigens. Gut. Gut, gut. Hier ist Lava übrigens. Oh, das ist was für mich. Okay. Oh, nein. Lass mal einfach die... Lass mal einfach... Oh, nein. Das ist was für dich, ja. Wie war's? Oh, der Parcours, Flo. Lief der gut? Der Parcours? Oder lief der eher nicht so gut? Man, ja. Ich hab die Beule gefunden. Nice, Ronny. Du hast die Beule gefunden. Ja. Sie war am Spawn. Okay, ich hab jetzt... Oh, warte, 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 warte. Ich brauch ein Minecraft unbedingt. Warte, warte. Was? Ich hab noch ne Spitzhacke. Echt? Ja, ich kann die craften. Die kann Gold breaken. Ey, aber Eisen auch? Ne, nur Gold. Wo bist du? Hier, die dir. Ich hab die Urlaub. Hier. Danke. Ich hab Kabels dann abgebaut und hab die gebaut. Loll, mein Flüssig ist weg! Ich weiß nicht. Ich hab sie... Irgendwann, ich hab sie wieder. Hier, nimm sie. Was hast du gemacht? Nix. Die Spawn, die ganze... Ich hab sie schon wieder. Warte, haben wir jetzt zwei? Ich hab actually... Ich hab noch eine. Kann man keine Sachen abwerfen? Ja, ich weiß. Hab ich doch gesagt. Glaubst du mir nicht? Nein, du willst du so langsam abbauen, weil es nur eine Steine. Denkst du, ich lüg dich an? Okay. Ich baue jetzt das Gold ab, Ronja. Mach das. Wow. Gut gemacht. Wollen wir jetzt noch eine Goldspitzhacke bauen? Kann ich nicht. Da droppt nix. Die Stellen war nicht gut genug. Oh. Warte. Ich hab nix bekommen. Warte. Warte. Haben wir jetzt vielleicht verloren? Nein, das kann gar nicht sein. Ah, nein, nein. Da steht Can Break Gold Ore. Das ist extra dafür gemacht. Okay, ich weiß noch nicht. Das ist der einzige Use von der. Da steht Can Break Gold Ore. Oh, warte mal. Oh, Leute. Hast du sicher nichts gedroppt gekriegt? Der Parcours ist schaffbar. Ich war nur zu dumm, warte. Hast du sicher nichts gedroppt gekriegt, Flo? Nein. N. Oh, mein Gott. Das ist so schwer gerade hier. Du schaffst es. Ich weiß, warum das Gold. Ich glaube, das war, weil wir hier rüber müssen, oder? Okay. 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 Ist das ein weiterer Parcours? Aha. Ja gut, oder so. Oh, nein. Oh, okay. Okay. Wo bist du? Du konntest das hier abbauen, aber es dauert ewig. Ich dachte, es geht nicht, weil das sonst so nicht dauert. Ich komme jetzt wieder zurück. Okay. Gut. Wenn ich in Lava falle, weine ich, okay? Okay, du schaffst es. Ich glaube, du bist... Du kannst dich einfach... Nein, Flo! Oh, gut. Guter Port. Weg mit dieser bösen Map. Nice. Warte, wie hast du das jetzt gemacht? Alter, war die Kiste. Die können ich abbauen. Achso, oh, lol. Okay, okay. Ja, mach es. Wir sind fast fertig. Ziel gerade. Okay. Bam. Ozean. Ocean Man. Oh, oh. Oh, eine. Angel. Ich angel. Und ich habe einen Redstone-Block. Alter, ich licht gar nichts. Keine Sorge, ich angel. Oh, nein. Siehst du was? Nein, ich sehe nur blau. Also, okay. Okay, ich merke schon, die Map wird härter, je weiter wir kommen. Du hast das Gefühl, ja. Aber keine Angst dranne. Wir werden es schaffen. Wenn hier jetzt nichts ist, hier ist eine Kiste. Ich sterbe wieder. Nein, ich sterbe auch fast. Oh, nein. Ich habe... Bist du tot, Flo? Ja. Aber ich habe den Block. Wieso kannst du sterben und ich nicht? Hä? Das frage ich mich auch. Ich regeneriere Hard Gang. Ich kann überall gratis Eintritt kriegen. Das ist auch so die Frage, die ich mir stelle, aber... Was? Ich will dir nichts sagen, aber... Warte mal, ich bin jetzt hier. Bei dem anderen. Ich schwimme gerade zurück. Ich schwimme gerade zurück. Hier müssen wir in das Holzschiff. Okay, und dann? Und dann haben wir gewonnen. Ich fische nebenbei. Keine Sorge. Ich habe ein Buch gefunden. Gedanken. Oh, nein. Fische sind nett. Redstone-Blöcke sehen aus, als ob sie gut in die Gebäude reinpassen. Redstone-Block sieht so aus wie Wolle. Oh, okay. Ich habe Wolle. Habst du mir die gegeben? Mein Licht ist wieder aus. Diese Druckplatte. Okay, hier ist die Wolle. Das ist die Wolle. Mein Licht ist wieder aus. Danke. Okay, und jetzt? Wo hing der Wolle? Ähm, nee, wir brauchen irgendwo ein Paper. Ich habe eine Spitzacke. Oh. Ich bin sehr verwirrt. Kann Golde abwohlen. Ach, hast du mir gerade geschobzt? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Oh, hier. Actually nicht. Ich glaube, es ist wieder Don't Game bei mir. Wieso? Rolja, schau'nimm den hier. Oh, nice. Dann ist das, was du immer denkst. Oh, das ist schön, das ist jetzt hell. Nein, nehme ich ja schon den Helm. Achso. Oh, nice. Aber das ist doppelt schön, weil jetzt ist auch hell. Mit dem Helm ist es immer hell. Da geht es nicht so aus. Hier ist es. Okay, ich behalte den Helm für immer. Du musst deinen Redstone-Block hinwohnen. Bei Redstone oder Wolle? Redstone. Oder Wolle. Ist egal. Redstone. Ich habe das Paper. Okay, gut. Jetzt müssen wir nur überleben. Du hast den Helm nicht überhaupt gesehen. Was? Ich habe den Helm. Ich habe den Helm nicht weggemacht. Der ist einfach weg. Ohne Witz. Ich weiß nicht. Flo, glaub mir. Ich sage nur nochmal, Multiplayer-Kind-Break-The-Map. Goddammit. Ja, wer komplett mein Licht ist wieder aus? Warte, warte. Strand. Hey, weißt du, was aus ist? Warte, hast du gerade Spaß? Ich habe keinen Spaß. Aber wir bauen ein Licht an. Er will 15 Fische für ein Steinschwert. Ich habe eine Angel. Lass mal fischen. Warum denn auch nicht hier? Kannst du mir mein Licht anmachen? Das Leben ist schön, Ronja. No. Was ist denn? Ich kann es nicht selber. Ich habe keinen Game Mode. Also du hast mir gar kein Licht? Nein. Okay, jetzt hast du Licht, oder? Ja, danke. Macht fischen dir Spaß, Flo? Fischen ist mein Leben. Jetzt hast du Spaß gerade. Freust du dich schon, sich auf 15 Fische zu fangen? Ich nehme mal Papier. Manja, leg mal die beiden horizontal in eine Linie auf. Okay, okay. Und sag mir, was du kriegst. Ich kriege Papier. Sogar drei. Oh, warte, warte. Wir können die horten für die nächsten Maps. Gib mir eins. Ich gebe dir zwei. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Warte mal. Okay? Okay. Ich habe immer mein Inventory gekiebt, wenn du gedinkst hast. Ja! Hast du? Ja, ja. Wir sind nicht am Schummeln, Leute. Das ist nicht Schummeln. Das ist taktische Taktik. Ja, das ist offensichtlich taktische Taktik. Und wir sind jetzt im Sumpfland. Verschreckt. Das Licht ist wieder dunkel. Ja? Ich bin in einer Wolke. Ich sehe gar nichts. Echt? Hast du Wolken nicht aus? Nein, ich habe Wolken nicht aus. Warte kurz, ich mache Wolken aus. Hey! Gar nicht mehr so wolkig hier. Nice! Schön! Ey, gibt es hier irgendwo einen Blumentopf? Einen Blumentopf? Der Typ will einen. Okay. Äh, nee. Oder tauscht der. Vielleicht tauscht der. Warte mal. Nö, nö, nö. Was ist eigentlich hier mit dem Wassercontainer? Können wir da was Schönes mit machen? Ich glaube nicht. Okay. Das ist schade. Aber hier ist so ein Potion Stand. Weißt du, es wirkt fast so, als ob man Wasser in die Potion Sachen machen muss. Ey, ich habe richtig viele Items. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich habe Glas. Ich habe Yellowstone. Hast du zufälligerweise nur noch zwei Pächer? Ja, aber ich habe das, ich finde den Teppich nicht. Ich auch nicht. Stell dir mal vor, der Map-Entwickler hat das extra so gedacht, dass du jetzt drei Paper hast. Und das ist unmöglich, sagst du? Und das ist sonst unmöglich, zu gewinnen. Ey, das wird es sein von mir, oder? Ich sage, es sind einfach 200 IQ von uns gerade. Ey, ich habe die Map gelöst. Wie ist das gehört? Ja, ich meine, wir haben es alles regelkonform gelöst. Hier ist, glaube ich, die Pilz-Map. Der muss ja bedacht haben, dass wir drei Papier kriegen, oder? Ich meine, wahrscheinlich, oder nicht? Hier ist ein Crafting-Table. Oh, hier ist ein Häschen. Hier ist ein Schild. Ich werde Papier für Häschen. Oh, der will das Häschen töten. Okay. Flo, wir müssen das Häschen töten, dann gibt er uns Papier. Ich mache gerade hier, äh, wirklich? Ja. Für Rabbit Stew, hat er gesagt, gibt er uns Papier. Oh nein. von Rabbit Stew aus Rabbit. Äh, ja, ich glaube, ich weiß, äh, da musst du ein paar kälen. Hier ist einer, aber ich arbeite dran, aber er ist so schnell. Das ist wie... Er heißt Jimmy! Er hat einen Namen! Ich kann ihn nicht töten! Nein! Nimm den anderen! Der heißt auch Jimmy! Nein! Der hier ist nicht Jimmy. Okay. Sicher? Du bist einfach ein Brutal. Der heißt auch Jimmy. Klar heißt der Jimmy. Du bist ein Lügner. Du bist ein brutaler Hasenmörder. Aber roll dir die Möp! Nein! Okay, warte, ich habe jetzt zwei von diesen... Aber ich muss sagen, ich habe keinen Hasen. Ich habe... Also mein Bruder hat der Hasen. Von daher... Ich habe übrigens kein einziges Mal Hasenfleisch gekriegt, sondern nur die... Äh, Leder. Jimmy droppt nämlich nur Leder. Ich verbreite jetzt meine Angi von vorhin. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es schaffen. Okay, ich, äh, mach noch einen Pilz. Warte, was muss ich? Warum hast du jetzt Kartoffeln? Ich brauche Holz ein bisschen. Warum hast du jetzt Kartoffeln, Flo? Für die Hasensuppe. Achso. Was brauchen wir doch für die Hasensuppe? Pilze? Super, die haben wir? Ja, okay. Aber ich baue den Typ jetzt ab hier. Echt, das ist aber frech. Hallo. Was soll denn das? Ähm, ich brauche hier ist eine Kiste. Was brauchen wir denn für Hasensuppe? Ähm, ich brauche nur noch eine Schüssel. Oh, okay. Wie machen wir denn mit einer Schüssel? Äh, ich habe eine. Oh, okay. Guck mal, wir brauchen nicht mal das Papier. Winnie's Crops. Do not stomp. Ich habe ihn komplett gestompt. Billy's Crops. Warte, wir müssen die Map aber schaffen. Okay. Oder willst du die Map? Wir haben seine Pflanzen vernichtet und seine Hasen getötet. Das ist schon traurig, ne? Dafür haben wir aber jetzt ein Papier. Jetzt ist Billy frei. Da hinten sind noch mehr. Guck mal, euch töte ich nicht. Keine Sorge. Jimmy und Kumpel Jimmy. Es sind keine Katzen. Es hätte schlimmer sein können. Okay, es sind keine Katzen. Das ist korrekt. Es sind keine Savanne-Kratzen. Oder wie die heißen. Savannah-Kratzen heißen die. Ja. Oder wie hieß die, die du rausgesucht hast? Agenda-DB. Ich ne, keine Ahnung. Irgendwie so. Ach, Scherer hießen die. Ja. Okay. Letztes Map. Äh, letztes Map-Gott. Letzte Sprache. Schwere Sprache. Der Himmel. Ja, ich bin da. Nein, der wird geklirrt. Ich nicht. Kannst du mir Licht geben, Flo? Danke. Können Sie mich hochpunchen? Äh, ja, sicherlich. Ich glaube, das geht nicht. Okay, dann nicht. Okay, warte mal. Haben wir irgendwo Endstorm-Bricks? Nö. Ich glaube, ich muss das hier machen. Okay. Was tust du denn da? Wo hast du den Bogen her? Aus der Kiste. Oh, okay. Schau mal, ich muss die ganzen... Das ist schön. Ich muss die alle treffen. Du bist ein guter Zielschütze. Danke. Es läuft wirklich gut. Du bist ein guter Teamkameradin, Ronja. Danke. Ich versuche mein Bestes. Ich bring... Ronja, wenn du weiterhin so böse bist, dann schein ich kann mich gar nicht. Ich bin doch nicht böse. Guck mal, Flo. Ich bin doch nicht böse. Wir sind doch alle Freunde hier. Wir würden doch niemals böse sein. Was sind alle Frauen? Freunde! Ja, wir sind alle Frauen. Alles klar. Ich habe schon verstanden, Ronja. Ich habe wenigstens sieben Stück. Zwei für ihn noch. Ich habe eine. Das ist eins, das fehlt noch. Ja. Die kriegst du. Ich glaube, der hier. Okay. Ist das das Ende? Ist das das Ende? Nein, den hast du. Den habe ich. Ah, da bist du nicht vollgekommen. Das war der einzige Jugo, der von der Anker. Ja, schade. Ja, hier ist noch eins. Okay. Ja, nice. Okay, und jetzt? Geheimgang, ja. Das ist das Ende. Ende der Qualen. Ende der Qualen. Ich setze meine Änder. Wirf mal das mit Q da rein. Äh, eigentlich rechts klicken. Aber bei rechts geht es bei mir nicht. Ach, doch. Es geht bei mir nicht. Warte. Jetzt? Oh, ja. Das ist schön. Das gefällt mir. Hast du da eins reingesetzt schon? Ja, ja, ja. Okay. Gehen wir jetzt da rein? Ich glaube. Ich glaube mal. Das Ende. Okay, und jetzt? Jetzt sind wir... Ich glaube, wir haben gewonnen. Haben wir gewonnen? Oh, ja. Wir haben gewonnen. Deo, 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 deo. Wir sind so gut. Das Ende soll qualen und hier ist da wieder. Wir haben gewonnen. Wir sind so gut. Und herzlichen Glückwunsch an uns alle. Und falls ihr bis jetzt noch zugeschaut habt, dann herzlichen Glückwunsch auch von euch. Und falls ihr euch eingepennt seid, dann ja. Falls ihr auch diese fantastische Puzzle-Map spielen wollt. Es ist, wie gesagt, 15 Biom Escape, glaube ich, ist der Name. Also, falls ihr da Interesse habt, dann... Das ist der Name. Könnt ihr suchen. Ich fand, die Map war richtig schön interessant. Ich fand auch. Ich fand, die hatte wirklich viel Schönes. Aber ich fand, die beiden, die die Map gespielt haben, die haben wirklich gerissen. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, waren die Parcours-Teile an der Map. Ich wünschte, da hätt's noch ein paar mehr von gegeben. Ja, es war echt zu wenig, gell. Vor allem nieder. Ja, oh ja. Ich fand auch, vor allem die mit Lava. War ich einfach immer ein Fan von. Ja, ey, die hätten mehr Lava in Bonzo. Mehr Lava, mehr Parcours. Vielleicht fürs nächste Mal, liebe Map-Entwickler. Dann wisst ihr Bescheid. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.